Wir tun viel zu wenig, wir haben viel zu viel bekommen, wir haben Reichtum bekommen, wir haben Versorgung bekommen, andere Leute wünschen sich das und wir bedanken uns trotzdem nicht bei Allah, weil wir das nicht wertschätzen, so wie die armen Leute es tun. Das stimmt, das ist das Problem. Wir müssen wirklich viel mehr tun, machen zu wenig und denken dann, dass wir viel gemacht haben. Wir müssen nachts mehr dran denken, was wir bekommen haben, dass du den Tag auch überstanden hast, dass du sieben Mal gegessen hast, dass du die teuersten Kleidungen zu Hause trägst. Das ist das, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du gesund bist. Das wünschen sich alles andere Leute auch. Es gibt hunderte, tausende von Leuten, die sich wünschen, gesund zu sein. Es gibt Millionen von Menschen, die sich wünschen, zu essen zu haben, zu trinken zu haben, was wir als selbstverständlich sehen. Sie würden alle dankbar sein, wenn sie nur ein kleines Stück Brot bekommen würden. Genau. Und wir beschweren uns, weil das Brot nicht warm ist. Genau. Wir beschweren uns wegen kleinen Sachen so, ja, da ist kein Salz drin, das Brot ist nicht vernünftig gebacken. Da frage ich mich selber, wenn ich diese Leute höre, sehe, denk dir nicht an die Leute, die sowas nicht haben, die sich sowas wünschen. Das stimmt. Aber die ganze Zeit darauf warten, bis Hilfe kommt. Da frage ich mich, wie kann man nur an sich selber denken? Deswegen, die Leute sind egoistisch, weißt du? Die denken nur an sich. Jeder denkt nur an sich. Keiner denkt an den anderen.